Der Simon aus Wien hat mir diesen kleinen Stachel hier geschickt und zwar in Kydex eingepackt. Dieser Style hier. Wenn du wissen willst was meiner Meinung dazu ist und ob das ein Survival-Messer ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen. Da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder dabei bist. Das Style ist recht leicht, kompakt, sehr sehr schmal. Hat hier einen Clip, den man auch auf die andere Seite platzieren kann über die Schraubung. Das heißt, du kannst es links oder rechts tragen. Ich habe auch versucht es innerhalb der Hose, also Insights, zu tragen. Aber das Problem ist, dass ich einfach zu fett dafür bin. Aber wenn du schlank bist, dann kann das durchaus funktionieren für das verdeckte Tragen. Und dann kannst du das Teil hier ziehen, indem man mit dem kleinen Finger ganz klar hier reingeht. Aber dann kriegt man eben diesen Zahnstocher hier, diesen Stachel. Der Punkt dabei ist, ich kann mir eigentlich nicht ganz vorstellen, wo das Einsatzgebiet liegt. Ich habe jetzt zwei Wochen damit herumgespielt. Simon, schickst du auch wieder zurück, ganz ganz sicher. Und habe eigentlich nichts anderes gemacht, als damit Pakete aufgeschnitten. Und dafür lässt sich das sehr sehr gut handhaben, weil man schön reinsteigen kann und alles gut. Das heißt, mehr ist mir jetzt eigentlich nicht eingefallen, für mich im Einsatzgebiet. Aber dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, über Messer und sonstige Dinge und Einsatzgebiet. Da ist mir was eingefallen, dass früher, und ich weiß es zumindest aus den asiatischen Ländern wie China oder Japan, Frauen, also nicht so Glatzköpfe wie ich, sondern Frauen mit richtig schönen Haarnadeln hatten, die sie rausziehen konnten. Die waren teilweise angespitzt zu Verteidigungszwecken. Ich weiß, dass man sich das in der heutigen Welt nicht mehr so vorstellen kann. Auch wenn der eine oder andere das Gefühl hat, dass es unsicherer geworden ist in den letzten Jahren. Das mag durchaus sein. Aber im Großen und Ganzen sind wir im Vergleich zu vergangenen Jahrhunderten ganz gut, was die öffentliche Sicherheit betrifft. Und wenn eine Frau so bedrängt worden ist, dann hat die nicht irgendwo eine Kanone eingesteckt gehabt, das Samurai-Schwert, aber dann konnte sie sich vor zudringlichen Menschen zumindest so wehren, indem sie diese verdeckte Waffe hatte und dann einfach zustechen. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man das jetzt sieht, da kann man niemanden damit töten. Zumindest nicht, wenn man irgendetwas Wichtiges trifft. Aber einmal so ein richtig schönes Aua, so nach dem Motto, hier greifst du nicht hin, das ist durchaus möglich. Wenn man speziell, wenn man das hier hinten nimmt, du rutschst selber nicht ab, das geht sich einfach nicht aus und du kannst mit voller Wucht zuschlagen. Das heißt jetzt nicht, dass ich das empfehle oder sage, dass das die Lösung ist oder sage, das ist ein Selbstverteidigungsteil. Überhaupt nicht, das sage ich nicht, weil Selbstverteidigung mit einem Messer ist ohnehin immer so ein Thema. Aber das kann ich mir vorstellen, dass man das in dieser Art und Weise einsetzt. Kubutan ähnlich, nur halt als Klinge. Wenn man in diesen Kampfbereich reingehen mag. Aber ich habe damit keine Erfahrung, das ist nur so eine Idee, eine Assoziation aus der Vergangenheit eben. Das Teil ist recht gut verarbeitet, sitzt in dieser Keidegg-Shirt wirklich stramm, da gibt es überhaupt nichts. Hat aber auch den Nachteil, weil es so stramm sitzt, dass der Gürtelklipp wirklich an einer richtig schönen Stelle sitzen muss. Wenn ich das jetzt zum Beispiel hier bei meinem Hemd da einfach einmal so rein klacke, dann kann es jetzt passieren, weil mir jetzt das einige Male passiert, dass wir das jetzt auch gleich wieder sehen. So, dass ich, na, das ist der Vorführeffekt. Jetzt mache ich mein Hemd da auf. Nein, ich sehe nichts darunter, außer jetzt ist mein Tiger T-Shirt. Außerdem, ich glaube, dass ich da nicht so interessant bin. Da gibt es andere Leute. Aber schau mal her. Wenn ich da jetzt anziehe, dann ziehe ich im Endeffekt das gesamte Teil mit raus. Das heißt, das kann nicht an irgendetwas Feinem Leichtdingen, sondern es muss ein Gürtel sein. Molle geht sich teilweise aus, teilweise nicht. Also das muss richtig schön, damit du das rausziehen kannst, weil sonst hast du mit der Keidegg-Shirt. Das sitzt wirklich sehr, sehr stramm. Liegt auch daran, wenn du da jetzt einen Blick herwirfst. Hier ist eine Vertiefung in dem Kydex. Das greift dann irgendwo da in diesem Bereich an. Ja, schön verarbeitet. Könnte ich mir auch als Neckknife vorstellen. Da geht das mit dem Ziehen dann auch wieder recht gut und einfach. Ja, jetzt nichts Besonderes, Stahl oder sowas. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe den Simon dann auch gefragt, wo er das her hat. Er hat es bei Amazon gekauft. Da gebe ich da unten den Link. Das ist alles billige Eigenwerbung natürlich ganz klar. Und ja, das kann ich dazu sagen. Ich würde dir jetzt noch mal etwas bitten. Und zwar, wenn du dich mit solchen Stacheln, ich weiß nicht, ich kenne das auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das heißt. Das ist im Endeffekt irgendein China-Billig-Produkt. Wobei es eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht ist. Wenn du etwas darüber weißt, dann schreib mir, wenn du das Einsatzgebiet vielleicht genauer kennst, außer Paket aufschneiden, dann würde mich das sehr interessieren. Denn eine letzte Sache und dann halte ich es mal, ich verspreche. Ich habe auch ein Messer von Cold Steel. Das ist das Bird and Trout oder so, wie das heißt. Meine englische Aussprache ist fürchterlich, das weiß ich. Aber da ist es so, das ist zum Aufbrechen oder zum Hautabziehen oder zum Zerwirken von Wildtieren. Das hat aber eine andere Klingenform. Das ist nicht so Stanley-mäßig, nicht so spitz, nicht so aggressiv. Denn da würde ich einfach zu viel kaputt machen, wenn ich da dementsprechend reinschneide. Das müsste anders sein. Daher habe ich jetzt auch, weil es hat auch hinten diesen Ring, dass man was greift und dann nach vorn und dann kann man wieder schneiden. Dann lässt man wieder fallen und dann reißt man wieder an und dann nehmen wir wieder, ohne dass man das Messer weglegen muss. Das ist ja ganz gut. Aber das kann ich mir bei dem eigentlich nicht vorstellen. Schreib mir, wenn du weißt, warum es bei dem Messer geht. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten. Schreib mir bitte einen Kommentar. Teil vielleicht auch das Video. Abo dalassen für die neuesten Messerverrücktheiten vom Rheini. Da geht's in meinen Shop, ja, auf Survival Shop auf Überlebenskunst. Ein anderes Video zum Anschauen. Es hat mich gefreut. Billige Eigenwerbung natürlich. Link hier zu den Produkten auf Amazon gibt's auch. Dein Rheini Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.